Ja, hallo YouTube, wir sind hier wieder bei Let's Play Project 2. Und ja, Wheatley hat einen Test vor Ort gefunden. Du bist adoptiert. Echt schlimm. Außerdem... Ich will, dass er die Schandung verliert. Mach mit. Einige meiner besten Freunde sind voll reisend. Hör die an, du Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf. Mach schon. Mach einfach den Test. Ja, mach ich. Hui. Hii. Hm. Ich werde mal da oben. Ich glaube, das ist irgendwie anders in Erinnerung. Ähm, so. Oh, ja, das ist nicht genug. Dabei ist eine Test zu einfach. Aber mich einen Schwachkopf nennen. Genau. Mit der Schwachkopf-Sache bin ich vielleicht etwas zu weit gegangen. Findest du? Ich fand's eigentlich ganz okay. Ja. Oh, jetzt spielt er klassische Musik. Entschuldigung, ich hoffe, ich hab dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit hab ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwachkopf fertig. Machiavelli. Weißt nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Nein. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Ja, dann könntest du was machen. Oh, ich, ähm. Was fliegt denn da? Müll, oder? Ja, alles mögliche. Mir ist es so vorgekommen, als wären da... Ich sollte ihn vielleicht auch fangen in den Büffel. Ui. Und dann hab ich auch mal schuld. Ich muss hier noch. Ich hab dich aufgefangen. Doch, das war ein gelöter Test. Ja. Ja, aber er aber ja. Ja, ich ähm Mockencore warning. Oh, ein geschmolzener Kern. An operator area exceptionist record. Uh, return notification rate spike okay. Hier sind wir die technischen Daten. Kümmer dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Nein. Wie bitte? Nichts. Nichts. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Ihr bringt uns direkt zu. Perfekt. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Ähm. Ähm. Ist er die in was? Oh genau Da Ja Ja, äh, zuerst nicht da, und dann einfach da und da. Ja, geschmolzener Kern, das sieht nicht ganz so gut aus. Mhm. Mich würde irgendwie auch interessieren, wieviel, äh, wieviel Leistung hier die Prozessoren bringen. Wieviel Gigahertz oder Terahertz auch immer. Wäre schon irgendwie interessant. Ich hab da eine Idee. Ich zeichne dich bei der Lösung dieses Tests auf. Dann sehe ich es mir zehnmal gleichzeitig an und erhöhe so den wissenschaftlichen Effekt. Natürlich musst du ihn dafür auch zehnmal so schnell lösen. Sag dir einfach, wenn du soweit bist. Ich will für die Aufzeichnung nichts verpassen. Genau, ich muss da, dann rüber. Also, muss ich... Dann... Dann doch. Und... Dann... Was mach ich? Was mach ich? Äh, ich, ähm... Ja, öhm... Ok, dann... Dann... Wee. Ja, ähm... Keine Ahnung, was das für einen Nutzen hat, wenn da jetzt so eine Rohre ist oder so... Aber der... der überausgehend Aller Wheatley muss das schon wissen, was das bringt. Ups. Sollte ich vielleicht da irgendwo ein Total machen? Das nehme ich gleich mit. Uum, genau. Das war's also, ähm... Ich muss zuerst das da, das heißt da ein Leser... Äh... Gut, dann wieder unterbrechen. Dann... Dann... Da ist zweit... Das heißt dann... Das, ähm... Geht das dann... Hm... Zack. Hm... Gut. Und dann... Das heißt, nicht wahr? Du solltest doch Bescheid sagen, bevor du... Warum machst du mir das Leben so schwer? Keine Ahnung, vielleicht weil wir Feinde sind. Der für Fehlentscheidungen konzipiert wurde. Und ich glaube, er hat beschlossen, keine der Funktionen zum Schutz der Anlage vor einer Explosion aufrecht zu erhalten. Ja, das ist, ähm... Sehr klug. Also ich mach das auch immer so in der Freizeit. Einfach mal alle Sicherungen ausschalten. Zum Beispiel Bungee Jumping, einfach mal ohne Seil oder so, macht auch Spaß. Ja. Ich werde sie dir zurückholen, keine Sorge. Stand auf Selbstzerstörung, Problem gelöst. Noch ein letztes Beben der alten Zeiten wegen. Zwei, noch ein bis zwei davon, nur zum Spaß. Warnung, Kernüberhitzung, Kernschmerzen. Du kannst deinen Job behalten, ich bin ja kein Monster. Hör einfach nicht hin und teste weiter. Äh, nein, das war's falsch. Hui, hui... Au, das tut mir. So. Und da hin. Ähm... Ich hab's auch noch so in Erinnerung, dass, ähm, die Laser, die Einzelnen hier, wenn man die berührt, dann kriegt man nur Schaden. Man muss einfach in einer gewissen Zeit dann, ähm, abhauen. Und bei den anderen, ähm, bei dem Laser, äh, bei der Laserwand hier. Wenn man da einmal kurz ankommt, dann ist man schon durch. Und jetzt muss ich einfach nur schauen, dass der Wölf nicht da... ...der Plattform kommt. Und... ...bleib liegen, bleib liegen, bleib... ...bleib liegen, oder? ... ... ... ... ... Dann würde ich sagen, einfach mal wieder da hin und da hin. Warte mal, das war, glaube ich, so irgendwie und da nicht. Ja, keine Wursung war es. Ja, ich beende mal, bevor wir das machen, diesen neuen Atem-Fahrstuhl verwenden, beende ich mal diesen Part und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Also dein YouTube. Tschüss.